Wir kämpfen in Kombination mit Schwert und Speer und fechten den Sieger aus. Es geht um den Platz hier. Seit vielen, vielen, vielen Jahren kommen wir hier hin und kämpfen zusammen. Freienfels ist einer unserer beliebtesten Treffpunkte. Das ist der Grund, warum ihr hier eine der größten Freischlachten von freiwilligen, nicht bezahlten Kämpfern zu sehen bekommt. Danke, Freienfels! Fertig werde! Schild auf! Los! Augenhöhe! Hergene! Ja! 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 Die Schmetterlinge! Sie suchten nach einem besonderen Schlachtruf und fanden sie ihn auf. Ja! 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 Ja!